Im Blickpunkt haben wir heute folgende Themen für Sie. Gefeiert, Kelmis B steigt in die zweite Provinzklasse auf. Auf den letzten Drücker Cédric Chirin gewinnt Spa-Rally. Und Crosslauf in Malmedie, Martina Kondom läuft allen davon. So wie das Wichtigste aus dem Inland im BAF Fernsehen ab 17.45 Uhr mit stündlicher Wiederholung und jederzeit im Netz auf baf.be.